Nur weil ich ja gehofft habe, dass hier jetzt langsam der Weg zu Ende ist. Ja. 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 so alle essen sicherheitshalber speichern wird noch mal also ich glaube tierchen rumwuseln sowie die also die das sind blümchen ist die frage will ich wieder wirklich nach süden oder proxiere ich mich hier eine sackgasse hier 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 Aber es klingt hier wirklich so, als ob hier Vögel und auch Eulen in der Nähe sind. Oder die oben lang müssen. Ja. Ja. Also der Weg ist jetzt recht lang und ohne Abzweigungen und ich habe keine Ahnung, wo er mich hinführt. Und die letzte Nahrung liegt jetzt eine ganze Weile zurück. Sollte mal warten, weil viele sind müde. Eigentlich sind alle müde, also legt euch schlafen. Oder ich hätte wirklich hier oben lang müssen, aber gut, das finden wir raus. Weil wir können ja jederzeit laden und wieder hier starten. Hier habe ich ja meinen letzten Save gemacht. Ich hoffe mal, dass ich den da gemacht habe. Hier habe ich verlust. Hier habe ich. Kann aber auch sein, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Ja, wie? Ja, Nahrungsknappheit bahnt sich an, weil es ist ja schon mal interessant, dass wir schon eine ganze Weile keine Nahrung mehr gefunden haben und es jetzt nur noch einen geraden Weg gibt. Ja, wie? Ja, Staudt. Ja, Staudt. Komm schon, da muss noch irgendwas bei rum. Kommt hier jetzt echt eine Abzweigung? Ja. 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 Essen. Ok, sehr viel Essen Das heißt, hier können wir uns nochmal auftanken Können wirklich gucken, ob es da unten weiter geht Hier müssen wir auf jeden Fall zweimal essen, mindestens Dreimal sogar, so wie das aussieht Aber hier können wir auch mindestens dreimal essen Du, vor allem Ding, dir haben sie jetzt die ganze Zeit Die Nahrung weggefuttert, das ist gemein Ja 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 So, jetzt sollten aber alle wieder voll sein Und wir können nach Süden weiter Was passiert eigentlich, wenn ich mal ein bisschen Speed gehe? Ich weiß halt nicht, geht unsere Nahrung auch schneller runter oder Haben wir Glück, sie geht langsamer runter Ja 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 Irgendwie sind die Gebiete sehr gegnerarm geworden Ja 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 Hier Der Ja 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 Jetzt höre ich auch kein Vögelgezwitscher mehr oder sowas. Ja, will. Ja, will. Ja, will. Novel. Ja, will. Novel. No, start. Novel. Ja. Ja. So, hier essen wir wieder. Dann fangen wir einfach mal den Weg hier. Dann fangen wir wieder. Also langsam habe ich das Gefühl, wir sitzen länger als diese Aufnahme-Session hier in dieser Höhle fest. So, hier ist das Gefühl, wir sitzen länger als diese Aufnahme-Session hier in dieser Höhle.